Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zum Saisonstart 2023 hier aus dem wunderschönen Moviepark Germany. Endlich ist es wieder soweit die Freizeitparksaison 2023. Startet für uns ja klassisch sowieso hier im Moviepark Germany. Es hat sich natürlich auch wieder einiges getan. Es erwarten uns einige Neuheiten, manche aber erst im Laufe des Jahres. Was es alles schon Neues gibt, das zeige ich euch gleich und ich möchte euch den Park heute gerne nochmal ein bisschen vorstellen, weil in den letzten Jahren hat sich doch auch attraktionstechnisch einiges hier getan. Deswegen erkunden wir den Park heute mal zusammen und starten gemeinsam in die Saison 2023. Ich freue mich. Ja ihr Lieben, weit bin ich gar nicht gekommen. Wir stehen jetzt hier vor The Lost Temple. Dieser Dinosaurier Dark Ride, ja nicht wirklich Dark Ride, das ist ja mehr so ein VR-Tunnel, also wo ihr mit einem Auto reinfahrt und dann sind überall so Leinwände, dann läuft ein Film und alles bewegt sich so ein bisschen, also mehr so simulationsmäßig. Das Ganze hat in den letzten Jahren immer dauerhaft geschlossen. Jetzt habe ich gerade vorne mal nachgefragt und die haben heute Morgen schon Testfahrten gemacht und da lief das Ding wohl auch. Aktuell ist es wohl wieder down, aber es sieht ganz gut aus, sagt er. Also mega cool, wenn diese Attraktion hier wieder zurückkommt, denn die war lange, lange geschlossen und ich finde sie tatsächlich ganz cool. So, ich befinde mich jetzt auf der berühmt-berüchtigten Main Street und habe gerade mal in dem Shop hier vorne nachgefragt, wie es aussieht mit den Jahreskartenrabatten, denn in diesem Jahr gibt es ein neues System. Es gibt ja jetzt neu die Platin-Jahreskarte, die habe ich mir auch geholt. Da kriegt man unter anderem einen Goldpass, einen Goldfastpass umsonst und 25% Rabatt eben in den Shops und das gilt auch auf reduzierte Ware. Das habe ich gerade schon in Erfahrung gebracht. Also für alle Season Pass Holder hier im Movie Park gilt auch für reduzierte Artikel. Im Zweifel fragt einfach nach. Die waren super, super nett. Jetzt widmen wir uns aber erstmal den Neuheiten und dem Freizeitpark an sich. So, wir stehen jetzt hier im Nickland. Der Bereich sollte euch eigentlich allen Begriff sein und hier hat sich in den letzten Jahren tatsächlich auch einiges getan. Unter anderem gibt es den neuen Themenbereich Paw Patrol Adventure Bay, der sich vor allem an die wirklich kleinen Besucher richtet. Und es gibt ja auch die neue Achterbahn, die erst letztes Jahr eröffnet, die Movie Park Studio Tour. Die schauen wir uns natürlich auch nochmal zusammen an. Erstmal kriegt ihr jetzt aber ein paar Impressionen hier aus dem Adventure-Bereich. Ja, Paw Patrol Themenbereich abgehakt. Ich habe euch so ein paar Impressionen reingeschritten. Super, super süß, vor allem für eure Kinder. Ist ja auch eine Fernsehserie, die es da gibt und von daher eine super Erweiterung gewesen. Die sind die neueste Neuheit, die jetzt hinter mir. Und zwar ist das die Movie Park Studio Tour. Eine neue Achterbahn, um genau zu sagen, ein Multi-Dimension Coaster von der Firma Intermin. Richtig, richtig cool thematisiert. Das befindet sich alles in der Halle da hinten. Und eine tolle Erweiterung für den Park. Jetzt ist das Ding leider gerade geschlossen und das passiert tatsächlich leider auch häufiger. Also der Movie Park hat da tatsächlich ein paar Probleme mit. Im Großen und Ganzen läuft sie aber mittlerweile ganz zuverlässig. Und es ist einfach eine tolle Neuheit für den Park. Ja, eine wirklich sehr, sehr coole Neuheit, auf die wir eigentlich schon seit Jahren warten, sind digitale Wartezeigen. Und ja, hier hat man jetzt welche. Ja, ich denke, wir stehen jetzt vor der größten Neuheit hier dieses Jahr im Movie Park Germany. Und zwar wird die Stunt Show komplett erneuert. Es gibt ein komplett neues Showset. Es gibt eine komplett neue Show. Da gibt es auch schon Artworks zu. Die sehen fantastisch aus. Also richtig, richtig cool. Das Ganze hat aber noch nicht geöffnet, sondern soll ab Juni 2023 dann zur Verfügung stehen. Also hoffentlich zu den Sommerferien, dass wir uns diese schöne neue Show dann auch endlich angucken können. Definitiv die größte Neuheit hier in diesem Jahr. Und auch echt gut, weil die Stunt Show und das Stunt Show Set gibt es ja auch schon ein bisschen länger hier. Deswegen finde ich es ganz gut, dass dieses Jahr hier ein bisschen was gemacht wird. So, zack. Und schon haben wir die Parkseite einmal komplett gewechselt und stehen jetzt hier nicht vor dem MP Express und auch nicht vor Lucky Luke The Ride, sondern vor Iron Claw. Ja, der SLC des Parks sollte ja zu Lucky Luke The Ride umthematisiert werden. In diesem Zuge wurden auch die Stützen neu lackiert und zwar braun. Und es gab ein bisschen neue Thematisierung. Dann stand das Ganze lange still wegen Corona. Und jetzt hat man das Ganze komplett auf Eis gelegt und den Namen der Bahn nun wieder geändert zu Iron Claw. Ein neuer Name. Ein bisschen was ist auch passiert. Ich drehe euch einfach mal eben. Und zwar gibt es hier einen neuen Eingang und auch in dem Gelände selber da vorne ist so ein Wassertank und sowas. Viel, viel mehr ist dann aber auch nicht passiert. Und das ganze Ding hat zu zum Saisonstart. Ja, der Zug fehlt komplett. Ist wohl auch neu lackiert worden, habe ich mir gerade sagen lassen. Aber zum Saisonstart noch nicht fertig, was sehr, sehr schade ist. Und dann kommen wir mal wieder zu dem Punkt tatsächlich heute. Ja, hier Iron Claw hat zu tatsächlich. Bended hat tatsächlich auch zu. Die Holzachterbahnen des Parks hinten. Die Studio Tour hat auch geschlossen und ich weiß nicht was noch. Aber das sind schon mal drei große Achterbahnen, die heute tatsächlich stand jetzt nicht fahren. Bended, ihr könnt es aber schon hören, macht gerade Testfahrten. Ist ja klar, dass so mal so schnell nicht alles funktionieren kann. Und von daher sei das auf jeden Fall entschuldigt. Wollte ich euch nur einmal mitteilen. Nicht, dass es euch wundert, wenn ihr in den nächsten Tagen und Wochen hinkommt und der Iron Claw noch nicht fährt. Ja, vom Iron Claw dann zum Themenbereich Santa Monica Pier. Hier hat sich nämlich auch ein bisschen was getan in der letzten Saison. Und zwar gab es hier einen neuen Spielplatz, den könnt ihr im Hintergrund sehen. Ich schneide gleich mal ein, zwei Videosequenzen nochmal rein. Insgesamt aber eine coole Aufwertung und vor allem für die kleinen Gäste halt wieder. Eine richtig, richtig coole Experience. Es ist auch einfach ein Familienpark hier. Darf man nie vergessen. Darüber hinaus erwarten euch in diesem Themenbereich noch ein Riesenrad, was auch schon tatsächlich sehr, sehr lange hier steht. Also die Jetskis stehen auch noch hier. Und ganz hinten habt ihr auch noch, ich drücke euch mal eben hier, den Disco Coaster. Genau, also eigentlich eine ganz coole Auswahl. Und es gab ja im letzten Jahr und vorletzten Jahr auch mal eine Jetskishow hier. Ich hoffe, die kommt wieder. Das habe ich gerade leider gar nicht im Koffer. Aber an sich soll das Showportfolio in diesem Jahr auch tatsächlich nochmal stark erweitert werden. Unter anderem kommt Christian Fahler, der Zauberer wieder im Sommer. Also da erwartet uns auf jeden Fall einiges. So ihr Lieben, jetzt habe ich euch schon ein bisschen was gezeigt. Jetzt kommen wir aber zu meiner, aber ich glaube auch Selins. Hallo. Ist mittlerweile auch da. Lieblingsattraktion, The High Fall. Ja. Ja, also mit Abstand die intensivste Attraktion hier. 60 Meter Freifallturm und richtig, richtig schön intensiv. Und das wird jetzt quasi so unsere erste richtige Fahrt. Wie ist es jetzt jeden Tag heute? Ja. So ein bisschen zum Einläuten der Saison ist. Klappt vieles nicht, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eignen. Das ist auch nicht vieles oder nicht alles schön. Aber man hat zumindest bei dem Showprogramm ein bisschen was aufgewertet. Und mittlerweile fahren auch viele Attraktionen. Nicht alle, aber viele. Und wir fahren jetzt erst mal mit dem High Fall. Ach, was war das schön, oder? Ja, war mega. Ja, also High Fall ist halt einfach eine andere Art von Freifallturm. Also vergesst alles, was ihr kennt. Das ist der Wahnsinn. Ja, High Fall ist einfach Nummer 1. Ja, auf den Kirmissen in Deutschland gibt es ja diese Funtime-Freifalltürme von der Firma Funtime. Und die kribbeln halt oben manchmal so ein bisschen und das war es dann. Ja. Und hier ist es halt so, je länger ihr fallt, je schlimmer wird es. Das stimmt total, hört mich auf. Also beim Funtime ist es immer so, man denkt sich so, oh. Ja. Aber dann war es das schon und hier ist es immer ein bisschen länger. Ja, also es ist halt wirklich bis unten in die Bremse und dann denkst du so, boah. Also es ist richtig geil, mit Abstand die extremste Attraktion hier. Und deswegen auch einfach meine Lieblingsattraktion. Ja. Richtig, richtig cool. Wir laufen jetzt zu The Lost Temple, soll wieder geöffnet sein und Celine war da einfach noch nie drin und weiß gar nicht, was das ist. Ich habe es heute Morgen schon mal eingangs erwähnt und ja, deswegen werden wir erst jetzt gleich mal fahren. Leute, wir haben uns jetzt untergestellt, weil es regnet gerade richtig, richtig. War da beim Lost Temple drin, war erst down, sind dann wieder raus, dann sagt der Mitarbeiter, mach doch wieder auf. Dann hat es kurz gedauert und dann hat es wieder aufgemacht. An sich eine mega geile Attraktions. Celine ist jetzt zum ersten Mal gefahren. Erklär mal ein bisschen, was passiert und wie du es fandest. Also, erst mal erzähl ich, was passiert. Ihr geht halt quasi erst durch so eine Grabstätte quasi durch, erlebt mega viel Pre-Show eigentlich und fahrt mit so einem Aufzug sogar runter. Und ja, die Gänge sind dann auch geschmückt, ihr thematisiert, das sieht echt ganz gut aus. Das Problem dahinter war, irgendwie hat nichts gepasst. Also, gar kein, es war kein Timing da, vom Aufzug nicht bis zum Pre-Show vor der Fahrt und bei der Fahrt, also ihr steckt dann Autos rein, müsst dann so einen Professor, Doktor suchen und dann fahrt ihr ein Stück vor, dann sind die rechts und links und gerade, also rumherum. Immersive Tunnel halt mit LED-Linewänden und sowas, ne? Genau. Und dann, leider hat das schon angefangen, die Fahrt und es hat schon geruckelt. Also man ist schon reingefahren. Man ist schon reingefahren. Ja, also der Mitarbeiter konnte die Pre-Show nicht ganz, hat es halt achtmal auch gesagt währenddessen, sag's doch einmal und dann ist gut halt. Dann die Fahrt, wie gesagt, wir sind reingefahren in den Tunnel und es kam halt einfach nichts. Dann fing dieser Bewegungssimulator schon an und der Film lief noch gar nicht. Davor hat die Abfältigung, ich glaube, wir saßen fünf Minuten drin, bevor wir reingefahren sind, weil irgendwas mit dem Bügel war. Ach, das hat auch noch nicht funktioniert. Ja, und dann war halt alles kaputt und du bist halt auch dementsprechend wieder, der Film lief noch und wir sind schon aus dem Tunnel wieder rausgefahren. Mal einfach die Endszene, die ja eigentlich die beste ist, so gar nicht richtig gesehen. Das glaube ich noch gar nicht. Ja, das zu Lost Temple. Wir stehen jetzt unter, weil es regnet und gucken mal, was wir gleich dann noch machen. Ja, ihr Lieben, der Regen hat uns mal wieder so überrumpelt, dass wir einfach komplett vergessen haben, ein Ende zu machen. Danke euch an der Stelle fürs Zuschauen. Besucht den Park gerne mal, gebt ihm eine Chance. Aktuell hat sich noch nicht ganz so viel getan und ein paar Attraktionen sind noch nicht in Betrieb. Aber trotzdem haben wir natürlich einen tollen Film- und Freizeitpark in Bottrop stehen. Und ja, meiner Meinung nach lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall immer. Danke euch fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. 12. Tschüss. 9. 10. 10. 20. 20. 23.